Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Alink Bad Green World's Randomizer. Es geht wieder weiter. Wir sind aktuell in der Schattenwelt unterwegs und auf der Suche nach Mai-Mais und anderen Schätzen. Oh Gott, ich kann den ja nicht mal einfrieren. Der hält was aus ey. Ja, Schattenwelt ist gefährlich. Die Wolfsäge haben sehr, sehr viel Kohle. Schaden ey, die Viecher. Guck mal, dafür, dass ich eine blaue Rüstung habe. Okay, ich lasse es. Ich lasse es. Ich gehe ja schon. Ignorieren ist glaube ich besser. Oh Gott, die werden ja alle hinter mir her. So in der Mitte ist dieses Baseballspiel. Ja, aber da gibt es bestimmt noch was zu holen. Das Baseballspiel hätte ich jetzt gar keinen Bock zu machen. Ich weiß genau, dass ich da jämmerlich versagen würde. Ich will jetzt hier nochmal schnell... Denn das hört sich hier schon so an, als ob hier irgendwas ist. Jawohl. Äh, okay. Ein weiteres Mai-Mai mit Geld. Ach Mann, das will ich nicht spielen. Kann man da sich einstellen, dass man das gibt? Mann. Naja. Oh Gott. Ich will sie sterben. Oh, ja, sehr schön. Herzchen bekommen. Noch eins. Da sagt man nicht nein. Okay. Wir haben da oben einen Schlitz. Wir haben da ein Mai-Mai. Ich gehe mal kurz hier rein. Dann guck mal kurz, wie wir das machen. Das war das Mai-Mai mit der Kriegen. Guck mal, ich bin hier schon... ...auf einer erhöhten Etage. Oh Gott. Aber das hier ist nur für Geld, hä? Das scheint jetzt nicht weiter wichtig zu sein. Wir können mal gucken. Aber es scheint jetzt nicht... ...super important. Oh Gott. Verliere ich da Herzen? Ne. Ich probiere mal. So, zack. Ah, ist doch Grandomized. Okay. Krass. Aber hatten wir jetzt leider auch nicht so viel genützt. Jetzt ist die Frage, sind die 50 Rubine auch Grandomized und die 20? Die 20 sollten wir easy hinkriegen. Erstmal, um zu gucken. Ne, das waren jetzt nur 20 Rubine. Okay. Könnte sein, dass da... ...dass es da auch schon war, jetzt alles. ...dü, dü, 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 dü. Versuchen wir trotzdem nochmal unser Glück. Naja, okay. Egal, es ist nicht so wichtig. Ich denke auch, dass es nur 50 Rubine sind und dass ich gerandomized ist. Ich hoffe, es ist ganz sehr tief in meinem Inneren. Jetzt tut es mir weh. Ich versuche das nur einmal kurz. Ah, shit. Ja, das Huhn hat es geschafft. Das Huhn hätte ruhig mal gucken können, was es ist. Ich denke, das war's. Ich denke, normal sind das auch 50 Rubine. Ich denke, das ist die Frage. Ich hätte gerne ein paar Herzchen, Leute. Wir könnten jetzt auch im ersten Dungeon noch ein bisschen weitermachen, ne? Mit dem Eisstab kommen wir da, glaube ich, weiter. Hätte ich gesagt. So, aber Frage. Wir können doch jetzt erstmal, genau, das Mal-Mai holen. Das ist auch wieder nur 50 Rubine. Schade. Ja, da kommen wir auch nicht hin. Oder? Ich will gerade überlegen, wie man da hinkommen soll. Ja, ich bräuchte schon die krasseren Handschuhe auf jeden Fall. Kann ich mir hier schon die Bombe holen? Oder wie ist das? Hallo? Ja, für 200 Rubine? Geht das? Na dann. Let's go. Da haben wir doch schon ein paar Standorte, oder? Ich meine, getroffen werden darf ich ja so oder so nicht. So, zack. Äh. Hehe. Scheiße. Scheiße. Da ist noch einer. Was? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da einer drunter steckt. Ich dachte eher unter dem Stein. Aber gut. So, jetzt können wir ja theoretisch... Oh Gott, 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 oh Gott. Haa. Nee, hier komme ich gar nicht durch, ne? Ich glaube, um das zu erfüllen, brauche ich da die Handschuhe? Oder kann ich auch den langen Weg latschen? Ich glaube, der lange Weg ist auch möglich. Oh Gott. Hm, 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 hm. Nö, 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 nö. Aber ich denke, mit Kraftsanschuhen wäre es einfacher, oder? Oder was sagt ihr? Nee, noch was? Guck mal, da ist auch... Da können wir auch was sprengen. Das machen wir auf jeden Fall mal schnell. Äh, das war dumm. Hm, 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 hm. Habe ich eigentlich eine Fee dabei? Bin gerade gar nicht so sicher. Zack. Uh. Okay, machen wir das mal so hier. Hm, 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 hm. Ah. Ja, komm. Was, 3000? Alter, was, 3... Hä, wie soll ich jetzt 3000 Rubine herbekommen? Ist das auch ein Gerandommeisterpreis? Alter, ich brüchte aber 3000 Rubine erstmal wahrscheinlich, oder? Muss ich die wirklich zahlen? Ist ja hart. So, wir gucken mal ganz kurz hier lang. Hm, das ist ja auch dieses Schatzräuber-Ding, ne? Die Frage ist, kann ich hier überhaupt... Ich glaube, das kann ich noch nicht machen. Da fielen mir, glaube ich, auch ein bisschen die Items zu. Ähm... Ja, das war schon wieder dumm. Dün, 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 dün. Eine Biene. Zack, okay. Ein paar Herzchen bekommen. Äh, warte mal, wie sieht es denn aktuell aus mit... Nee, wir haben gar nichts. Okay. Komm doch mal mit, Bombchen. Ich probiere mal mein Glück, oben lang zu gehen. Wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Scheiße. Das Baseballspiel. Ich wette, dass es auch gerandomized. Aber ey, dieses Baseballspiel, das ist die Hölle, Leute. Ich glaube, das ist eher was, was ich später machen möchte. Okay. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich brauche erst ein Schwert, damit ich hier schön durchfechten kann. Ich weiß nicht, ob das Feuer möglich ist, das gut zu machen. Okay, komm. Schloss Hyrule? Hier waren wir auch schon mal, ne? Ja, hier waren wir auch schon mal. Aber hier waren wir... Ne, hier waren wir noch nicht. Guck mal. Der möchte doch irgendwie in sein Haus rein, ne? Der hat sich doch irgendwie versperrt, oder? Ah, ne, doch nicht. Der möchte nur arbeiten. Okay, guck mal, wir machen hier erstmal die Glocke an. Oder den Hahn. Speichern mal kurz. Und ich habe ja auch einen weiteren Stein noch. Das heißt, da kann ich nochmal was verbessern. Theoretic. So, das machen wir hier. Gar nichts. Okay, aber das Minimal können wir uns holen. Das sollte possible sein. So, zack. Schon wieder Geld. Ah, krass. Also ist ja auch schön, ne? Das ist ja auch schön, ne? Dass wir Kohle bekommen. Aber aktuell wäre mal ein neues Item ganz nice. So, was denn hier? Kann ich... Ich habe doch eins, oder? Geht das nicht? Brauche noch eins mehr. Schade. Hätte ja sein können, ne? Aber ich glaube, ich brauche zwei als nächstes. Damit er was machen kann. Oder ich brauche allgemein erstmal ein Schwert. Aua. Übertreib. Okay, ansonsten scheint hier erstmal nichts weiter zu sein. Guck mal, das hört sich sehr nach... Mai Mai an. Jawohl. Und das ist ein richtiges Mai Mai. Nummer 12. Nummer 12, 12, 12. Okay, haben wir hier noch irgendwelche Rätsel? Truhen, etc. pp. Wir müssen später sowieso nochmal wiederkommen. Vielleicht können wir auch mittlerweile den ersten Dungeon machen. Ne, hier ist glaube ich nichts weiter los. Jetzt müssen wir alles mal prüfen, wie weit wir da jetzt sind. So, ich gehe einfach mal hier durch. Nehmen wir mal die Kohle. Und hauen wir wieder ab. Ups. Okay, da hängt er. Aber nicht schlecht, ne? Kohle-mäßig. Nice. Okay, nochmal... Boah, schon wieder Kohle, ey. Alter. Die Rubine. Na gut. Aber wir merken ja, wir brauchen es auch. So. Hm. So, hier gleich mal wieder speichern. Und da können wir uns jetzt hier auch hin teleportieren. So, hier können wir auch was kaufen. Was kann man denn hier kaufen nochmal? Die goldene Biene. Könnte man hier kaufen. Okay. Ja, oder auch nicht. Alter, warum ist die so teuer? Ist klar. So, hier kann man auch in die Lichtwelt wieder wechseln. Ich glaube, das mache ich auch, weil... Man kriegt ja, glaube ich, was, wenn man da in die Lichtwelt wechselt. So, warte mal. Ist abgeschlossen. Ist hier noch irgendwas? Ne. Ich gucke mir nochmal die Häuser alle vorher an. So, in dem Truhen spielen muss ich, glaube ich, gewinnen. Ich glaube, wenn ich hier gewinne, dann kriege ich auch ein Random Item. Ah, kostet halt. Ja, genau. Ich kriege hier normalerweise ein Herzteil. Wie viele darf ich? Three, ne? Okay. Hälfte schon mal wieder drin. Okay, und jetzt ist einfach Bonusrunde. Noja, wenigstens 20 Rubine plus. Da hinten wäre es gewesen. Oh, Mann. Ja, klar. Noch eine Runde. Let's go. Wir wollen es ja finden. Shit. Ah, da oben rechts. Ist es schlau, das zu machen? Wahrscheinlich nicht. Natürlich. Diesmal haben wir richtig in die Kacke gegriffen. Ja, da ist es. Okay. Herzteil collected. Leider nicht so viel Kohle bekommen, aber... Hey, wir haben ja aktuell echt viel Geld. So, das hätten wir auch. Da waren wir schon drinnen. Hier waren wir noch nicht drinnen. Wer bist du? Egal. Der gibt mir nix. So, gleich erst mal einen Schluck Kaffee trinken, Leute. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt mal rein. In die Schattenwelt. Äh, in die Lichtwelt zurück. Denn da bekommt man, glaube ich, was. Ah, so, erst mal schon ein Schluck Kaffee. Hallo. So, von dir kriegt man doch ein Herzteil, oder? Oder in dem Fall ein Mai-Mai. Okay. Dann hätten wir das auch. Sind jetzt wieder in der Lichtwelt. Ja, ansonsten, hier gibt es, glaube ich, erst mal nichts weiter zu tun. Ja, da oben müsste ich auch noch hin. War ich hier in allen Häusern schon drinnen? War ich hier schon drinnen? Kommen wir gerade so spanisch vor? Die Hütte? Ich glaube, hier war ich schon drinnen, ne? Das hört sich auch sehr an. Jawohl, da ist einer. Und wieder Geld. Hä, krass. Noch nicht ein Item bekommen, aber haufenweise Kohle. Okay, wollen wir... Wollen wir, wollen wir, wollen wir nochmal rübergehen zu den Ost-Ruinen, oder wie die Dinger heißen? Ja, stimmt. Hier brauche ich das Luftding. Aber... Chill. So, da bin ich wieder, sorry. Okay. Äh, wir wollten jetzt nochmal in den Ost-Palast, ne? Beziehungsweise, wir haben viel Geld. Soll ich das mal gegen die Maimais noch austauschen? Dann sind wir bei Ravium Shop schon mal fertig. Ist eine Idee, ne? Beziehungsweise, wir müssen später halt noch wegen dem Sandstab zurückkehren. Ich mach das jetzt einfach mal. Zack. Ich mach das jetzt einfach. Alles mitnehmen. Dann hab ich die ganzen Maimais schon mal in der Tasche. Er könnte... Ich könnte theoretisch... Theoretic könnte ich... Den Eisstab oder Sandstab verbessern. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Ich glaub nicht. Ne, ich glaub nicht. Warte mal, ich geh mal hier nochmal kurz rein. Von der Seite. So, und geh mal hier kurz hinter wer... Ach ne, hier ist das gar nicht. Aber gibt's doch nicht auch in der... Äh, einen Eingang zur Schattenwelt? Bestimmt. Warte mal, warte mal, warte mal. Du, 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 du. Hier irgendwo? Gibt's hier nicht auch einen Eingang? Guck mal, da ist auch ein Maimai. Hm, 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 hm. Hier ist auch ein real Maimai, okay. Äh. Waren wir hier schon drinnen? Ne, ne? Der hat aber auch nur Schnurz. Okay. Brauchen wir nicht kaufen. Hm. Aber... Haben wir hier sonst irgendwas? Auf den ersten Blick erstmal nicht. Der macht Sport. Ja, hier muss ich erst schwimmen können. Das... Ups. Das dauert auch noch ein bisschen. Ja, hier ist die Maimai-Höhle. Okay, von hier aus komme ich aktuell nicht weiter, ne? Aber wir haben hier drüben ja auch noch irgendwo so ein Schatten-Ding. Einen Schattenschlitz. Hier, glaube ich. Guck ich mal hier rein, ob hier noch irgendwas ist. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir auch erstmal wieder rüber Richtung Ostpalast. Guck mal, hier ist schon Maimai. Aua. Alter. Die hängen aber auch aus, ey. Zack. Hä? Auch wieder ein normales Maimai. Ich habe aktuell nicht so viel Glück. Nicht so viel Glück. Hm. Das ist auch wieder eins, oder? Jawohl. Und noch ein bisschen Kohle. Und wieder ein Maimai. Zack. Hm. Und eine Biene. Bienen bringen mir aktuell nichts. Oh Gott. Außer Schaden. Okay, hier habe ich auch wieder welche. Hier brauche ich Bomben. Hilfe. Oh, eine Schatzkiste. Yay. Ein Herzteil. Cool. Ja, da freue ich mich. Das ist auch ein Schlitz. Hier irgendwo ein Maimai drin. Auf jeden Fall viel Kohle. Wahnsinn. Jawohl, da ist einer. Ah, 50 Probine. Zack. Nehmen wir mit. Ein Apple. Erstmal haben wir schnell. So, was haben wir denn hier? Wieder 100 Probine. Alter. So viele Maimais schon bekommen. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie viel wir hier machen können. I don't know. Aber wir kommen schon mal hierher. Das ist doch schon mal ganz cool. So, da bräuchte ich aber eine Bombe. Und die haben wir aktuell noch nicht. Aber dahinter kommen wir. Und da kommen wir auch zu einer Höhle. Okay, wir versuchen einfach mal unser Glück. Wir haben ja die große Anzeige schon. Und ich trinke mal ein Schluck Kaffee. Ah, guter, heißer Kaffee. So, zack, 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 zack. Und zack. Jo, und ich würde sagen, der Part ist dann auch gleich erstmal wieder rum. Alter. Wie wir die ganzen Maimais einfach liegen. So. Das gucken wir uns noch an. Da haben wir eine Feenquelle. Okay, brauche ich nicht. Alles klar. Dann würde ich sagen, im nächsten Part geht es weiter. Maimaisuche und hoffen, dass wir ja nicht mal irgendwo ein geiles Item bekommen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelda Junge. Tschüssi. Tschüssi. Dann, da. Jetzt. Bye.